hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft ja wir sind immer noch beim stallbau ja aber wir haben mal wieder kein material wie so oft das heißt wir müssen uns jetzt erstmal ein paar kleine bäumchen fällen und dann können wir hier hier weiter machen so aber bevor wir das tun weil wir hier einmal hier sind schub die pop wollte ich auf jeden fall das hier noch eben ein wenig verschönern so die linke als rückwärtsgang so machen wir es erstmal ein bisschen hübscher so ist hier richtig schön eingefasst der kleine kollege das war nix so dann hätten wir das so ein bisschen das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus hier aber gut sei es kein gefängnis werden aber besseres ist mir im moment nicht eingefallen so fassen wir das auch mal eben noch ein so soll haben seine verbunden jetzt müssen wir jetzt müssen wir holz besorgen holz dafür gehen wir einfach darüber da habe ich ja auch noch was spezielle ist vor das lassen wir hier schön unsere bäume neu pfl不行 mal ins wasser blub 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 jetzt kommt er hier erst mal weg kann man schon mal dran so 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 das ist wieder so ein mega baum den wir uns hier ausgesucht haben gucken wir mal dazu kommen so überhaupt nicht so dann müssen wir hier ein bisschen mit wissen soll es da sind so jedes stück muss mit so er da haben wir ja auch richtig ja jetzt passt das schon mal wieder nehmen aber erst mal die antrags so dann hätten wir das auch aber 17 stück das ist aber wieder mal gar nichts das ist irgendwie wieder ist nicht so doll gucken dass wir hier ein bisschen rankommen das trug meistert wollen wir jetzt haben wir noch genug von so ok da müsste man jetzt aber müsste aber mal funktionieren so ja genau da kommen wir dran so schwuppliwupp dann haben wir hier noch ein stückchen so 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 dann kriegen wir hier noch ein paar setzlinge so nehmen wir den und damit blub verwarte ich komme blub 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 da Ja, super Musik wieder. So, jetzt müssen wir mal eben gucken hier. Ne, das geht ja nicht, das geht ja nicht. So, mal eben ein bisschen umswitcheln. So, dann können wir den schon mal mitnehmen. So, da kriegen wir ein bisschen was zusammen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den nehmen wir jetzt auch noch mit. Ja, hier müssen wir auch noch durchbauen. aber jetzt schauen wir erst mal 41 haben war da gibt das denn 36 oh ja da ja ich glaube da können wir erst mal mit ein bisschen arbeiten so dann können wir jetzt mal unser so dann ziehen wir das jetzt erstmal hier hoch wow wird schon wieder dunkel ich glaube es ja wohl nicht so aber jetzt überlege ich ist das hoch genug oder ist es nicht da sollen ja mal die viechers rein dann müssen wir noch ein bisschen fenster machen aber wir probieren jetzt weil wir das ein höher machen so eine runde ein höher so dann machen wir das mal eben noch ein hören dann gucken wir mal ob das jude ist ich hoffe dass wir jetzt nicht so ein zu großes teil bauen so so ja gut nichts mehr da nehmen wir die jetzt so so okay ist noch den einen und dann abwärts war ja das ist cool die höhe dass ich mir gefallen und der größe her ja schon wir haben doch natürlich nicht dabei kann man hier eine seite machen und da eine seite würde ich sagen wollen wir hier noch erstmal mal sind wir hier noch so eine hallo so eine koch guck wie schreien ein freilassen so für die viechers dann machen wir hier noch ein bisschen besser rein machen wir das nur einseitig wie sieht das aus wie sieht das aus wie sieht das aus das sieht total kakaos so damit die viecher nicht abhauen können und trotzdem frische luft haben jetzt wollen wir hier noch eine decke rein vorne lassen wir das erstmal offen so und so ist das schon mal zu also werden wir wahrscheinlich mit unseren hingern mal wieder nicht hinkommen okay jetzt haben wir noch 64 da bin ich ja mehr als gespannt ob wir da hinkommen so gucken wir mal ja das sieht doch glaube ich gar nicht mal so schlecht aus so das haben wir jetzt gleich 26 ja das sieht ganz gut aus aber ja das war jetzt wieder typisch okay so machen wir das mal hier rüber zu so acht stück nur noch das wird nicht hinhauen und ende da fehlt uns noch eine kleine ecke wie sieht denn das aus ja das ist schon mal ganz okay so jetzt müssen wir noch mehr holz holen weil wir haben ja nichts mehr 30 was dann truppenholz truppenholz will ich aber nicht so jetzt gehen wir ein bisschen wandern obwohl wir haben ja hier genug holz 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 hol ja ist ja gut hier haben wir nur truppenholzbäume wie ich das sehe oder warte mal eben so hallo scharf hallo 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 was ist hier los ohne das ist eichenholz cool so so nochmal eben gucken dass wir das hier noch holen ja schön wäre es gewesen so blick man muss das doch eben schnell mit ihr alles so und so das ist eine menge holz hier so das können wir auch noch gebrauchen dann haben wir 18 stück gut dann können wir das auch noch mitnehmen also ich muss feststellen diese eichen sind hier verdammt groß gut jetzt haben wir 26 das war wieder truppenholz 26 da könnten wir eigentlich schon mit leben gucken wir mal auch schweinchen geh mal weg hier was haben wir denn hier für ein holz gucken wir noch mal das ist wieder das falsche aber das nehmen wir jetzt mit so und ab ihr post jetzt schrubbidi wupp das müssen wir mal eben da wo 27 haben wir jetzt hoffe ich dass das passt willkommen hallo so so jetzt gucken mal 27 zack ja da haben wir dann wieder mal ein bisschen was so einmal 33 ja gut das machen dann brauchen wir noch ein bisschen holz für den zaun genau genau so die viecher hier licht drin gut dann geht die sonne auf und dann haben wir das auch schon wieder das ist 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 das